Das ist die Geschichte vom Häschen Puschelschwanz. Im Wald gibt es viele Hasen, die haben, wie ihr ja wisst, einen kleinen runden Puschelschwanz. Einer hatte einen besonders puscheligen Schwanz und darum hieß er der Hase Puschelschwanz. Der Förster hatte ihn bald entdeckt. Den muss ich schießen, dachte der Förster und aus seinem Schwanz mache ich mir dann einen Rasierpinsel. Denn sein alter Rasierpinsel war gar nicht mehr gut. Der hatte kaum noch Haare zum Einseifen. Eines Tages ging der Förster in den Wald und nahm sein langes Gewehr mit, um den Hasen zu schießen. Plötzlich happelte der Hase Puschelschwanz über den Weg. Der Förster legte sein Gewehr an und drückte ab. Aber der Schuss ging zum Glück nicht los. Er machte es nur leise. Klick! Denn der Förster hatte vergessen, eine Patrone hineinzulegen. Der Hase hatte das leise Klicken gehört und blieb stehen. Er sah, wie der Förster mit seinem Gewehr rumhantierte und eine Patrone einlegen wollte, um ihn damit totzuschießen. Da hoppelte der Hase Puschelschwanz auf den Förster zu und als er ganz nahe war, sagte er, Guten Tag, Förster. Guten Tag, Hase, sagte der Förster. Was willst du denn mit deinem langen Gewehr? Ich will dich totschießen. Aber warum denn? Ja, ich brauch doch deinen dicken Puschelschwanz. Und wozu? Na, zum Rasieren. Und warum denn? Ja, weil mein alter Rasierpinsel doch kaputt ist. Aber deshalb brauchst du mich doch nicht totzuschießen. Ja, aber sonst kann ich mich mit deinem Puschelschwanz doch nicht einseifen. Warum nicht? Sagte der Hase. Ich kann dich doch jeden Morgen besuchen und dir mit meinem Puschelschwanz den Bart einseifen. Okay, abgemacht, sagte der Förster und packte sein Gewehr weg. Und dann gingen beide nach Hause. Der Förster in sein Försterhaus und der Hase in seinem Busch. Am nächsten Morgen, der Förster war gerade aus dem Bett gestiegen. Da klopfte es an die Tür. Und das war doch tatsächlich der Hase Puschelschwanz. Guten Morgen, Förster. Guten Morgen, Hase. Das ist aber nett von dir, dass du wirklich kommst, um mir beim Rasieren zu helfen, sagte der Förster. Und der Hase tunkte seinen dicken Puschelschwanz in eine Tasse mit warmem Seifenwasser. Und dann seifte er dem Förster rechts und links und rechts und links den Bart ein. Und schließlich war der Förster im Gesicht ganz voll Seifenschaum. Danke, lieber Hase, sagte er. Und dann rasierte er sich den Bart ab. Als er damit fertig war, sah er den Hasen immer noch da sitzen. Na nun, du bist ja immer noch da. Ja, ich denke, du wirst mich jetzt zum Frühstück einladen. Ja, natürlich, das hast du auch verdient, sagte der Förster. Und dann rief er seiner Frau zu. Koch noch ein drittes Ei. Für wen denn? Für den Hasen Puschelschwanz. Für wen? Für den Hasen Puschelschwanz. Der hat mir doch beim Rasieren geholfen. Und die Förstersfrau dachte, mein Mann hat ja wohl nicht alle Staschen im Schrank, der spinnt. Aber als sie mit dem Tablett aus der Küche kam, da lief ihr der Hase entgegen. Und als sie mit Guten Morgen, Frau Försterin begrüßte, wäre sie verschreckt bald umgekippt und das Tablett mit den Tassen und Tellern hinuntergefallen. Da hat sie denn wirklich ein drittes Ei für den Hasen kochen müssen. Und in Zukunft ist der Hase Puschelschwanz alle Morgen gekommen, hat den Förster mit seinem dicken Puschelschwanz eingeseift und nachher mit den Förstersleuten gefrühstückt.